so war next weiß 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 hebt dahinten die plattform rüber zu der schlange an die ich dann mit dem sperr platt machen muss das sollte funktionieren also trotzdem immer schön schauen ob es irgendwelche vasen hat ja genau das funktioniert nämlich noch mal eine runde lauf jetzt machen wir platt jetzt kommt er da hoch ich kann eins laufen jetzt bin ich unten gefangen so war heißt so liegt vielleicht muss ich jetzt hier einmal so rum machen hmm ja genau jetzt so 1 2 3 4 5 ah yeah geschafft so was kommen wir jetzt blau okay wenn ich die jetzt genau ich muss die säule jetzt auf den drauf schmeißen und dann das bringt ja auch nichts okay also ich könnte jetzt wieder runter gehen und den von der seite platt machen das würde gehen ich könnte natürlich die säule auch auf den roten stellen aber wenn ich die säule auf den roten stelle auf die rote platte stelle kann ich machen ich schupfe die runter dann ziehe ich die da rüber dann kann ich wieder hoch das ist schön und gut dann kann ich dann den sperr an aber was bringt mir das also danach kann ich dann die säule wieder davor schieben ihn platt machen die säule hierher schieben andersrum laufen unten rum laufen die säule hinschieben und die dann wieder locken und dann so locken dass er hier drauf geht und ihn dann sperr platt machen genau das funktioniert wow krasse nummer echt ey also die säule runter so säule ziehen sperr holen so dann die säule so schieben dass ich ihn platt machen kann dann Säule hierher Säule hierher äh fast schieben haben wir gesagt so genau locken er geht da hin ich hüpfe hier rüber er folgt mir er folgt mir eins rüber zwei rüber schmeißen okay eins zwei drei vier und tschüssinger yeah gut gut okay jetzt gucken wir mal was hier geht unten geht es weiter unten geht es weiter aber ich kann auch nach oben ich hole das Ding jetzt einfach mal hierher ich hole das Ding jetzt einfach mal hier her Okay, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich muss den weglocken. Ich muss den irgendwie weglocken, damit er von der blauen Platte runtergeht und ich dann da hochkrabbeln und den Schalter machen kann, den beigen. Und dann sollte es funktionieren. Und ich weiß auch, wie das geht. Pass mal auf. So, ich gehe jetzt da lang. Er fällt runter, rollt sich ein. Ich gehe da hoch. Hole. Wozu eigentlich? Wozu eigentlich? Brauche ich doch gar nicht. Ist nur Ablenkung. Oder? Eins, zwei, drei. Ah, ne, ist keine Ablenkung. Ist keine Ablenkung. Ja, aber wie komme ich dann an dem vorbei? Wenn ich auf der Säule stehe, kann ich doch gar nicht mehr runter. Ich gehe da. Oh. soweit so gut aber jetzt jetzt hänge ich hier nämlich auf der säule fest kommen immer runter also so geht es auch nicht irgendwo fehlt mir wieder so eine kleinigkeit nur also ich denke so muss auf jeden fall mal das war zu weit es muss auf jeden fall so sein vielleicht muss ich so machen bringt das was aber das bringt ja auch nichts das bringt ja auch nichts wenn ich das ding jetzt habe das ist ja jetzt auch keine andere situation ich glaube ich weiß es ich glaube ich weiß es andersrum denken andersrum denken pass mal auf genau ich knack das jetzt mal an jetzt lasse ich ihn folgen jetzt habe ich nämlich ganz in ruhe zeit hier das ding da weg zu schieben so möge er mir folgen die säule da oben ist völlig überflüssig aber völlig das ist schon gemein am anfang war das wenigstens immer so dass da alles was du da hat es irgendwie brauchen kannst jetzt inzwischen tatsächlich schon so dass das zeug überflüssig ist okay also der block muss da rüber okay aber das ist ja jetzt eigentlich schwer ne so den da rüber schieben das ist ja noch mal gucken ich habe nur eine chance wenn ich aber links rum gehe da bin ich platt ich kann jetzt hier nochmal eins runter eins hoch so jetzt kommt schon dieser schlissert ah da ist die vase das horn gott lizard 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 und den muss ich jetzt eigentlich hierher locken jetzt kann ich nicht runter jetzt kann ich auch nicht runter jetzt kann ich runter okay mit zahnrad platt gemacht sehr schön mit säge jetzt lassen wir uns hier runterfallen gut wie schauts hier aha spinnen ok der blaue hebel oben bedient die dinge und zieht die nach vorne das brauche ich später auf jeden fall um hoch zu kommen und der bedient die da unten das brauche ich auch aber jetzt will ich erstmal die eine spinne hier abstürzen lassen tschüss tschüss so ich glaub ich hätte sie lieber auf der anderen seite naja, so geht's auch da ist die Vase Obsidian, ok naja passt auch, gut also den fand ich jetzt wieder ziemlich einfach naja wie dem auch sei so, da oben ist ein Hebel Hüpp Vase, Vase, sehe ich keine so ok Nummer 2 ah, hier kann ich jetzt diese Spezial diesen, diese Errungenschaft freischalten Stapler genau Architektin Stapler 3 äh Säuern ich habe aber immer noch keine Vase gefunden das gefällt mir nicht und das nächste Problem was ich jetzt habe ist dass ich immer noch nicht rüberkomme was passiert denn wenn ich die 3 jetzt da runterkicke ich brauche noch eine um hier wieder weiterzukommen da muss ich eine reinschieben da sind sie alle weg ja super kann ich zwar alle 3 stapeln aber es bringt mir nichts tolle Errungenschaft das ist doch ein Scheißdreck wenn es mir nichts bringt eine brauche ich das geht aber bringt aber auch nichts jetzt ich komme ja da nicht weg von dem Ding also klar ich muss 2 versenken äh und die 3 dann auffangen und dann funktioniert es ja ist jo trivial also erste versenken zweite versenken das ist nicht Schiffe versenken das Säulen versenken so und die 3 die brauche ich jetzt lalala so jetzt kann ich die hier ziehen ja so viel zu trivial ne so viel zu trivial ich bin auf der falschen Seite von dieser beschissenen Säule ich brauche doch 2 ich brauche 2 ich darf nur die erste versenken die holen wir uns so die ziehen wir jetzt 1 nur 1 dann gehe ich hier runter das war 1 zu weit so und die hier nehmen wir jetzt und lassen uns runterkicken genau jetzt haben wir es noch irgendwo ne Vase? nein Amen